Jaja, ein bisschen Zeit hat's ja noch, aber es kann ja nie früh genug sein. Wir haben das Oktoberfest schon mal heute hier in die Rödermack-Halle geholt. Ja, und jetzt darf ich euch einfach nur sagen, es gibt ein ganz besonderer Leckerbisse und auch noch ein Hingucker. Ja, und jetzt darf ich euch einfach nur sagen, es gibt ein ganz besonderer Leckerbisse und auch noch ein Hinguckerbisse. Ja, und jetzt darf ich euch einfach nur sagen, es gibt ein ganz besonderer Leckerbisse und auch noch ein Hinguckerbisse. Ja, und jetzt darf ich euch einfach nur sagen, es gibt ein ganz besonderer Leckerbisse und auch noch ein Hinguckerbisse. Ja, und jetzt darf ich euch einfach nur sagen, es gibt ein ganz besonderer Leckerbisse. Ja, und jetzt darf ich euch einfach nur sagen, es gibt ein ganz besonderer Leckerbisse. Ja, und jetzt darf ich euch einfach nur sagen, es gibt ein ganz besonderer Leckerbisse. Ja, und jetzt darf ich euch einfach nur sagen, es gibt ein ganz besonderer Leckerbisse. Ja, und jetzt darf ich euch einfach nur sagen, es gibt ein ganz besonderer Leckerbisse. Ja, und jetzt darf ich euch ein wenig. Hey! 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 Der Abend meinte sich, doch dann da sah ich dich. So ein Gefühl mit gar nichts zu vergleichen. Wusste nicht wen du küsst, ob du alleine bist. Ich sagte mich, wie kann ich dich erweichen? Ich zähl bis drei, ich winke dich herbei und frage, bist du noch frei? Hast du ne Nummer oder hast du ein Foto dabei? Schatz, ich schenk mir ein Foto, schenk mir ein Foto von dir. Schatz, ich schenk mir ein Foto, nur so ein Foto wünsch ich mir. Schatz, ich schenk mir ein Foto, nur so ein Foto von dir. Schatz, ich schenk mir ein Foto, nur so ein Foto, nur so ein Foto, nur so ein Foto. So ein Foto, nur so ein Foto, nur so ein Foto. Lasst sie mal verschnaufen. Schatzis, schenkt ihr mir ein Foto? Und natürlich nicht nur mir, sondern guckte mal, jetzt seid ihr neidisch. Jetzt würd ihr gerne mal mit mir tauschen, gell. Ich bleibe hier, denn so was Schönes, in Dirndl und Leatherhose, so ein Traum, oder? Sind die Jungs nicht klasse? Und wie die Strahle nach dem Tanze, Wahnsinn. Und das Name, jetzt ist was ganz Besonderes, dieser Name. Schätze, Helden in Strumpfhosen und hier sogar in Halderlose mit Schlüppchen. Wahnsinn, ein Applaus, Dommer. Unseren Schätze, Helden in Strumpfhosen, ein Dreifach-Dotterndes Schätzletz. Schätze, Helden in Strumpfhosen. Weiberfassen 8.